Wir sind gierig, wir sind griffig und wir werden das Spiel mit einer gesunden Aggressivität wieder angehen, wie wir das so letztes Jahr gemacht haben. Und wir gehen die letzten 13 Spiele plus Pokalspiele jedes Spiel so an. Und wir wissen genau, worum es geht. Alle Spieler, alle Leute im Funktionsteam verinnerlichen genau die Situation, in der wir stecken. Und wir wissen genau, was wir zu tun haben. Wir müssen jeden Punkt mitnehmen, den wir können. Und wir müssen die Spiele angehen, um Spiele zu gewinnen. Und wir müssen jetzt auch, weil wir eigentlich, wir hätten eigentlich Minimum vier Punkte haben müssen, im besten Fall sechs Punkte haben können. Und wir müssen jetzt auch mal gegen einen der Großen nochmal, vielleicht auch mal Ausrufezeichen setzen. Und ich rechne Gladbach zu einem der Großen.